So, willkommen zurück bei 56. Ja, Regala, das feige Aas, hat sich natürlich mal wieder aus dem Schaub gemacht. War natürlich auch zu erwarten, was soll man denn noch anderes erwarten von Regala? Große Fresse, nichts dahinter. So, also, wir waren jetzt suche Decker auf dem Hügelkamm. Ja, könnten wir machen, aber dazu möchte ich erstmal dieses Gebiet aufdecken. Also ist mir Decker jetzt auch erstmal vollkommen egal. Aber wirklich vollkommen egal. Hier weiß ich gar nicht mehr, was hier war. Ich glaube, hier brauchten wir hier um diese Dingensblume, Metallblume. Ich bin ein bisschen raus, es ist schon eine Zeit lang her. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen was Unpessliches hinter mir, war auch nicht gerade schön. Na gut. So, warte mal, das sollte doch nur ein Museum werden. Die haben doch nur eine Maschine geliefert bekommen. Wo stehen denn hier alle rum? Ach so, eine Idee, die ich mal gerne hinterfragen möchte. Gut, 2000 Schuh, das dauert mir allerdings ein klein wenig zu lange. Ach, hier haben wir sogar noch ein Lagerfeuer, das kenne ich ja noch gar nicht. Ach, das ist bei dem da. Ja gut, das können wir damit machen, wenn wir da sind. Gut, äh, wir haben, ach, wir können sogar hinreißen. Hinreißen. Ich will aber nicht da hinreißen, sondern da hin. So, dann reißen wir doch ganz einfach zu dem Lagerfeuer hin und gehen die letzten paar Meter 50 zu Fuß. Mal schauen, was mich da erwartet. Äh, wir bringen jetzt auf jeden Fall erstmal Äther zurück. Und, äh, ich bin gespannt, ob die Basis ein bisschen aufgeräumt wurde. Also, der Unterschlupf mit Gaia. Äh, weil, ähm, ich frage mich generell, was denn sonst war und das andere Schnucki. Wie heißt die nochmal, die alte? Ich komm rein, mich mal drauf. Ich, äh, Mensch, wie hieß die noch? Keine Ahnung. Äh, ich frage mich, was die sonst die ganze Zeit da machen. Wenn die nicht wenigstens... Ach, halt die Fresse. Ja, schön. Ich frage mich im Allgemeinen, was die natürlich dann gemacht haben in der gesamten Zeit, wo wir weg waren. Das war eigentlich jetzt nicht mal gerade eine Stunde oder zwei Tage oder drei, sondern das war schon so ein bisschen was, ne? Also, dahinter frage ich das doch mal ganz gerne. Naja, auf jeden Fall, es ist bemerkenswert, dass das hier niemandem auffällt. Es leuchtet ja nachts auch nicht gerade wenig. Aha, aha. Es wurde ein bisschen, okay, naja, gut, vergiss, was ich gesagt habe. Anstatt den Dünnschluss hier mal wegzuklöppeln oder so, haben sie lieber Kram reingeholt. Da bin ich ja mal gespannt. Du schwingst keinen Hammer, Ehrend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Das nennt man Konkassen-Beat-Party oder so. Das nenn ich Musik. Aloy. Alan, es geht dir besser. Und du bist hier. Val meinte, du könntest Hilfe bei ein paar komplizierten Dingen gebrauchen. Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo. Was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenaktfreund ist angekommen. Kotalo. Ich hab gehört, ihre Krieger trinken Blut. Solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich hab ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut. Wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja. Während du dich amüsiert hast, hab ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Äh. Oh. Äh. Okay. Okay. Kannst du in die Wiese. Übe mit dir selber, Ehrend. Gut. Ehrend kommt nicht auf Mucke klar. Ehrend geht steil ab. Ähm. Pass mal auf. Wir reden jetzt mal kurz mit Ehrend. Hey. Hey. Hübsch hier. Also, ich hab das nicht gebaut oder so. Stimmt. Ich verstehe, warum du... gezweifelt hast, ob du uns mitbringen solltest. Es ist alles etwas viel. Aber, keine Angst. Ich komme schon klar. Gut. Ich hatte gehofft, du könntest mir bei etwas helfen. Es geht um die Tenakt-Rebellen. Und es hat mit den Osaram zu tun. Wirklich? Das klingt gar nicht gut. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Gewöhnst du dich gut ein? Val hilft mir dabei, einen Überblick zu bekommen, wenn er nicht gerade schweigsamt ist. Keine Ahnung, warum er so nervös ist. Wegen der Gaia-Frau oder wegen unserer neuen Utaru-Freundin. Was ist mit der Garde? Solltest du sie nicht im Osten herumkommandieren? Ich schickte einige von ihnen mit einer Nachricht nach Meridian. Ich bezweifle, dass er war etwas dagegen hat, dass ich der Retterin von Meridian hier helfe. Du hast unseren neuen Tenakt-Freund getroffen. Er ist ruhig. Ich dachte, sein Volk bestünde aus blutrünstigen Irren. Du solltest nicht alles glauben, was du hörst. Ja, also wenn du ihm vertraust, tue ich das auch. Val hat dir also einen Fokus gegeben. An mir sieht er nicht so gut aus, aber bei der Schmiede, was ich alles gesehen habe. Sicher, auch viel Schlimmes, weißt du. Das Ende der alten Welt und so. Ich versuche immer noch, das alles zu kapieren, aber... Ich habe nie ganz verstanden, wie du meine Schwester im Sonnenreich gefunden hast. Jetzt verstehe ich es. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich könnte nützlich sein. Weißt du? Es braucht seine Zeit, aber... Ja. Du weißt schon, womit wir es zu tun haben, oder? Als Val mir das erste Mal erzählt hat, dass sie von den Sternen kommen, dachte ich, er hätte zu viele von diesen heilenden Bären eingeworfen. Aber dank dir habe ich mich an den Anblick von Unmöglichem gewöhnt. Ich wünschte nur, sie wollten uns nicht immer umbringen. Ja. Geht mir genauso. Hab ne Gruppe Militanter Oseram entdeckt. Sie bezeichnen sich als Söhne des Prometheus. Anscheinend überbrücken sie die Maschinen für die Tenakt-Rebellen. Sie kennen die alte Technik. Und? Sie hassen die Kaja unendlich. Also. Letztes Jahr hielten wir derweil und seine Leute davon ab, Meridian als Rache für die roten Raubzüge in die Luft zu jagen. Und jetzt erzählst du mir, dass eine Gruppe Oseram die Kaja womit auslöschen will? Eine Armee aus Maschinen und blutrünstigen Tenakt? Ganz genau. Das ist ja großartig. Kannst du mir helfen, herauszufinden, wer sie sind? Sie irgendwie zu finden und aufzuhalten? Die Garde könnte Kettenkratz und Fahrlicht überprüfen, ob sie Vorräte durch die Orte transportieren. Aber wenn, dann sind sie bestimmt vorsichtig. Ja. Und sie haben auch Fokusse. So können sie Wachen und Patrouillen leichter ausweichen. Warte. Als wir uns getroffen haben, hast du mich in Meridian gesucht, weil du mit deinem Fokus den von Olin aufgespürt hast. Richtig? Wenn ich mit diesem also zurück in den Schrecken gehe? Könntest du nach einem anderen Fokus scannen? Wenn ein Oseram einen davon trägt, gehört er wahrscheinlich zur Prometheus-Gruppe. Keine schlechte Idee. Das soll bei mir auch mal vorkommen. Sicher. Sag Bescheid, wenn du was findest. Alles klar. Sag Bescheid, wenn du die Söhne des Prometheus im Schrecken findest. Ich spioniere die Rebellenlager aus. Sei vorsichtig. So, klasse. Die ganze Zeit... Ein Bier, bitte. Die ganze Zeit juckt mir der Rücken und jetzt ruhig mich kratzen will. Geht's weiter. Das seid ihr. Wie ihr tickt, das wissen wir. Ja. Ihr tickt uns einmal. Ja. Ja. Komm schon, Eretz. Ja, komm. Und jetzt den linken Rücken. Und den rechten Rücken. Und das Bein hoch. Jawohl. Jetzt geht das ab. Aber nicht nach hinten umkippen, mein Freund. Wow. Hier erwacht langsam alles zum Leben. Ja. Und Gaia hat alle Daten, die sie in deinem Fokus hat, in diesem Archiv platziert. Mit den Fokussen von dir können wir beliebig darauf zugreifen. Du weißt schon, lernen und trainieren. Und wenn du uns brauchst, werden wir an deiner Seite kämpfen. Okay. Danke, Val. Du hast wohl mit Kotalo gesprochen. Ich wollte meinen Respekt für jene zeigen, die beim Überfall auf die Gesandtschaft fielen. Ich sagte, ich hätte noch niemand gesehen, der sich so auf eine Maschine gestürzt hat. Er meinte, Krieger sollten nicht für die Erfüllung ihrer Pflicht verehrt werden. Ich dachte schon, ich rede mit meiner Mutter. Hätte nie gedacht, dass ein Tenagd und eine Kriegsherren der Nora so viel gemeinsam haben. Und wie läuft's mit den Fokussen? Wir haben alle noch unsere Probleme. Erentfluch definitiv am meisten. Aber ich hoffe, die Sturheit der Oseram siegt. Wie läuft's denn so? Sie sammeln noch Eindrücke. Bis jetzt hat keiner die Nerven verloren. Wie läuft das Training mit so? Wir trainieren wirklich. Meistens. Sie liest Glyphen bereits schneller als ich. Ich wäre ein Nadi, Hilfe auszuschlagen. Natürlich. Liest ihr etwas da drüben? Wir sind alle Protokolle durchgegangen, die du im Nora-Gebiet gesammelt hast. Und im Berg der Urmutter. Schwer vorzustellen, dass meine Vorfahren darin eingesperrt waren. Ohne dass sie das Wissen von Apollo leiten konnte. Dank Ted Farrow. Ja. Wie es sich wohl angefühlt hat, als sie endlich frei waren. Die Welt kam ihnen sicher wunderschön vor. Oder angsteinflößend. Sie waren fast noch Kinder. Und wurden zu einem eigenen Stamm. Ich lag wohl falsch bei den Sinets. Ihr Schiff explodierte nicht auf dem Weg nach Sirius, wie alle dachten. Sie logen, als sie von einer besseren Zukunft in ihrer Startanlage sprachen. Sie logen wohl auch über das Schicksal ihres Schiffs. Und trotzdem. Ein Stamm, der sich unter den Sternen niederlässt. Ich konnte ihre Schilde nicht mal zerkratzen, Val. Ein Sinet hätte mich fast umgebracht. Das hielt dich nicht ab, Gaia wieder zu erwecken. Es wird uns nicht aufhalten, Hephaestus gegen sie zu nutzen. Hoffen wir, dass das reicht. Könnt ihr das vorhalten, wenn ich weg bin? Wenn Erend diese gleiche Musik nicht immer und immer wieder hört. Vielleicht. Wir kommen klar. Was jetzt? Erend haben wir schon. Dann macht wahrscheinlich dasselbe schon wieder an. Oder? Erend? Batterie alle? Egal, bestimmt keine Internetverbindung. So. Und jetzt... Gut, gehe ich halt außen rum. Val mag wohl seine Trainingspartnerin. Lernen kann man am besten gemeinsam. Warst du mal wieder in Reinklang? Hast du mit Kotalo gesprochen? Ein paar Worte. Tenakt können mit uns Fremden nicht viel anfangen. Du musst ihn sehr beeindruckt haben, dass er dir seine Treue geschworen hat. Du hast also mit Gaia geredet? Ja. Sie war so nett, ein wenig von der Geschichte der Alten zu berichten. So wie ihres Untergangs und der heldenhaften Taten ihrer Schöpferin Elisabeth Sobeck. Ich war überrascht zu sehen, dass sie du war. Gestorben und wiedergeboren. Ich kann nicht behaupten, es zu verstehen. Ich nehme an, du hast schon Erend kennengelernt? Natürlich. Jeder Freund von Val ist auch mein Freund. In diesem Fall ein sehr lauter Freund. Was hast du vor? Gaia war so freundlich, mir eine Liste mit Glyphen der Alten zusammenzustellen. Sie half mir dabei, ein paar der Daten von dir zu entschlüsseln und zeigte mir, wie man den Fokus als Hilfe benutzt. Es ist nicht einfach, aber es funktioniert. Schön zu hören. Du hast dich eingewöhnt. Gaia sagte, dieser Ort wurde für uns erbaut, damit wir die Kontrolle über unser Land zurück erhalten. Mit ihrem Terraforming-System. Es pflegen, wie die Landgötter es mit den Feldern in Reinklang tun. Es scheint mir seltsam, dass ein Ort des Lebens derart voll ist von Metall. Hat Gaia dir etwas über die Sinits erzählt? Das hat sie, obwohl es nicht gerade einfach zu glauben war. Dass Orte unter den Sternen sind, wo das Leben ähnlich erblühen kann wie hier, das macht's einen selbst klein und herzzerreißend, dass solches Leben entschlossen ist, unseres zu vernichten. Gut, ich sollte aufbrechen. Ich sollte wohl weiter trainieren. So. Hätten wir das auch hinter uns gebracht. Aloy, in der Kiste haben wir Vorräte gesammelt. Nimm dir, was du brauchst. Ja, das mach ich dir. Uh, alles macht's. So, warte mal. Hier war doch irgendwo... Das heißt, dass hier... Ein Shuttle? Wie das, was ich bei Farsenets Startanlage hochgejagt hab. Val wirkte ziemlich an Raumfahrt interessiert. Er wollte wohl ein Andenken. Okay, das ist also Val's Unterkunft. Gut, dann wollen wir hier mal nicht weiter rumschnurren. Schauen wir mal, was wir hier haben. Scheißhäuser, duschen. In den Duschen. Sehr schön. Bisschen feucht. Wozu sollte man die Dusche auch als Dusche benutzen? Kann ich auch drin knacken. So, was ist das denn hier? Ja, gut, hallo. Hast du nicht überrascht, mich zu sehen, nachdem du versucht hast, mich an die Sinets im Hades-Testlabor zu verraten? Wohl kaum. Als mir klar wurde, eine einzelne Jägerin über Feldregalas Lager, wusste ich, du warst entkommen. Raffinesse ist nicht deine Stärke. Halte dich von jetzt an lieber von den Rebellen-Operationen fern. Du misst dich gern in Dinge ein, die du nicht verstehst. Ich verstehe, Silence. Dass du gefährlichen Leuten Maschinenüberbrückungen verschafft hast und einen Stammeskrieg entfacht hast. Erneut. Und ich werde ihn beenden. Schön. Wüte stur und blind links drauf los, wie immer. Du wirst das Unvermeidbare nur hinauszögern. Aber sei gewarnt. Die Söhne des Prometheus sind sehr beharrlich. Und sie wollen deinen Kopf. Daran kann ich jetzt nichts mehr ändern. Oh, ich hab Angst. Was mach ich bloß ohne deinen Schutz? Du solltest Angst haben, Aloy. Du hast ja keine Ahnung. Aber ich habe Besseres zu tun, als dich aufzuklären. Viel Glück bei deiner Stümperei im Nebel der Ignoranz. Au! Eines Tages werde ich diesem Kerl dein arrogantes Maul stopfen. Endgültig. Aber zuerst muss ich herausfinden, wieso er tut, was er tut. Ha. Hier scheint jemand umgeräumt zu haben. Aloy, wie ich sehe, hast du dein Zimmer gefunden. Deine Gefährten dachten, du würdest dich über etwas Privatsphäre freuen. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Das ist das Wegerecht, das Verscharf mir bei der Gesandtschaft gab. Ich mochte ihn. Er war sicher ein guter Mann. Ich glaube, er hat sich wirklich auf sein Zuhause gefreut. Mein alter Speer. Rust hat ihn mir gebaut. Als mein Training beendet war. Scheint er eine Ewigkeit her zu sein. Ich trage Elisabeths Anhänger seit Monaten mit mir herum. Doch, da wir eine Weile bleiben werden, verstaue ich ihn hier, wo er sicher ist. Na, äh, alles kann ich scannen, du darfst nicht? Gut, aber schick. Gefällt mir. Schick, schick. Was ist hier drin? Scheiß aus. Da, Dusche? Oder was sollte da drin sein? Funktioniert aber auch nicht mehr. Kein Mensch duscht hier. Unfassbar. So. Was mit, ähm... Oh, Aloy. Deine Kaja-Freundin kam hier durch. Sie ging zum Oseram-Lager, das ihr beide gesucht habt. Im Südwesten. Was mit Silence jetzt los ist? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, den Bastard werden wir irgendwann den Sperr von hinten nach vorne durchdrücken. Das geht ja mal gar nicht mehr mit dem. Okay. Und jetzt der andere Ausgang. Da wollen wir natürlich nicht raus. Wo ist denn jetzt Cattellus? Äh, Cthulhu. Cthulhu oder wie der Typ heißt. Glaube ich hier, oder? Ja. Der Raum sieht jetzt anders aus. Warst du das, Gaia? Ja. Ja. Ich habe die Displays umfunktioniert. Du kannst jetzt die Bootstätten verfolgen, von denen du Daten hast. Na dann willkommen im Team. Was siehst du dir da drüben an? Die anderen haben mir geholfen, die Symbole zu entziffern, die der Fokus zeigt. Also habe ich versucht, die Waffe zu verstehen, die du gegen den Feind einsetzen willst. Dieser Hephaestus. Ist er in der Lage, Maschinen herzustellen? Die Gaia gehorchen? Ja. Wie viele? So viele wir brauchen. Solche Macht. Hat die Welt je dergleichen gesehen? Was siehst du dir da drüben an? Die anderen also diese... Ja. Wie viele? So viele. Was? Die anderen haben also... Alter. Ja, 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 ja. Ja, so, jetzt hier, meine Güte, einmal zu viel geklickt, weißt du, geht ja noch aber ein zweites Mal. Jetzt, da du weißt, wer der Feind ist, hast du irgendwelche Fragen? Ich gebe zu, es fällt mir schwer zu begreifen. Aus dem Himmel. Und unverwundbar. Noch. Ich überlasse die Strategie dir. Du wirst meine Klinge einsetzen, wo sie am tiefsten schneidet. Was hältst du von unserem Trupp? Sie scheinen kampfbereit. Obwohl es seltsam ist, eine Utaru in den Reihen zu sehen. Bauern sind keine effektiven Soldaten. Sie schienen recht effektiv zu sein, als sie die Maschinen besiegte, die diese Basis bewachten. Interessant. Vielleicht irre ich mich. Ich sollte los. Du kannst gerne Hecaro und deine Leute besuchen. Die Türen stehen dir offen. Das werde ich. Mögen die Zehn mit dir sein. So. Hätten wir das auch. Warte mal. Wir haben doch hier noch Maschinen, die wir freischalten könnten. Oder. Ich hoffe. Ich hoffe. Ähm. Ja. Gut. Plünderer. Hier. Den hätte ich gerne. Verwüster. Sehr schön. Ach. Weißt du was? Wir machen die jetzt einfach mal so gut es geht. Wir haben ja eigentlich alles da. Okay, die kenne ich noch nicht. Dann brauchen wir noch, äh, Breitschlundzahn. Dann brauchen wir noch Brüllrücken. Oh ja, die Brüllrücken. Ha, ha. Himmelsgleiter. Schön. Also, äh, ich sollte mir das vielleicht mal aufschreiben, welche Maschinen ich noch zu überbrücken brauche. Warte mal. Ich finde gerade keinen, äh, keinen, äh, keinen Stift. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Breitschlund. So. Warte mal. So, Breitschlund, äh, Brüllrücken war das. Genau. Weil dann brauche ich nicht immer wieder hierher zurückkommen, dann kann ich mir das einfach mal so merken. So, äh, Himmelsgleiter. Ich hoffe, wir kriegen nicht noch die Lufthansa zum Überbrücken. Das wäre ja richtig schlimm. So. Dann, äh, ein Pflughorn. Mal ein Pflughorn. Es ist kein fliegendes Nashorn, ne? Ah, es ist schon auch was mit dem Pflugh dran. Und natürlich ein Rollrücken. Ein Rollbraten. So. Rollrücken. So. Dann hätte ich mir das auch aufgeschrieben. Dann können wir mal, wenn wir diese, äh, Areale wieder haben, gezielt danach jagen. Oder, äh, losgehen. So. Ich glaube, da war eine Werkbank. Genau hier. Vielleicht können wir ja schon ein, zwei Sachen wieder machen. Für unsere Rüstung. Oh ja, das sieht auch gut aus. Hier, Outfit. Und natürlich, für das, was wir anhaben. Ne. Nicht für das. Für Dista. Machen wir aber trotzdem. Komm. Und noch einmal. Sehr schön. Weil, ich kann, glaube, ich habe, ich habe so das Gefühl, ich müsste die tatsächlich später verkaufen. Mal, wenn wir ein ganzes Menge Scherben brauchen. So. Das hier war doch. Hier hat sich wohl jemand eingerichtet. Wie ich sehe, hast du wahres und soes Zimmer gefunden, Areale. Ich glaube, sie wollten ein Privatquartier. Verstehe. Ist das süß. Schön. Schön, schön. Da. So. Jetzt auf zu Gaia. Und dann bringen wir Äther endlich nach Hause. Willkommen zurück, Aloy. Wenn du bereit bist, verschmelze Äther mit mir. Anschließend muss ich etwas Wichtiges mit dir besprechen. So. Was wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eluthier-Frequenz. Eluthier? Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war. Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Koordinaten. Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas... ...anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Eluthier? Bin mir nicht sicher. Was ist SOS? Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Warum schickt Eluthier eine kodierte Nachricht auf einer Frequenz, die nur ihr beide nutzen könnt? Das war wohl nur zur Vorsicht, um nicht entdeckt zu werden. Oder zumindest sollte es so aussehen, als sei das das Ziel. Ich weiß auch nicht, warum Eluthier erwarten würde, dass ich das Notsignal überhaupt hören und darauf reagieren würde. Soweit Eluthier weiß, bin ich inaktiv. Also ist Eluthier entweder in Schwierigkeiten und sie hoffte, dass du da draußen bist? Oder jemand will uns an diese Koordinaten locken und tut so, als wäre er Eluthier. Zu diesem Schluss komme ich auch. Könnten die Zeniths die Übertragung senden? Den Daten aus deinem Fokus zufolge, haben die Zeniths den anderen Gaia-Systemkern aus dem Hades-Versuchslabor. Möglicherweise haben sie daher Zugriff auf meine internen Frequenzen. Vielleicht wollten sie, dass du antwortest und deine Position preisgibst. Könnte sein. Doch die Übertragung ist hochgradig atypisch. Wenn sie wollten, dass ich meine Position verrate, dann wäre die Nachricht doch wohl unauffälliger gewesen. Okay. Dann sind sie es wohl doch nicht. Die Koordinaten führen zu einem Berg im Nordwesten. Was ist dort? Ich weiß von nichts in dieser Gegend, das von Bedeutung wäre. Okay. Und was ist mit der anderen Zahl in der Nachricht? 2, 3, 7. Weißt du, was das bedeutet? Laut meinen verfügbaren Datenbanken scheint sie keine größere Bedeutung zu haben. Vielleicht wird ihre Bedeutung erst bei den angegebenen Koordinaten klar. Okay. Ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Niemals! Ernd und Val sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Eluthier ist, dann hat sie Ärger. Und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang. Falls du noch Ausrüstung verbessern musst. So, wir kennen ja Aloy. Aloy will ja wie immer alleine losgehen. Aber das wird diesmal nichts, ne? Und so, wir haben auch Überwachungsdrohung. Pass mal auf. Na also, mehr Daten für die Kuppel. Na? Na? Ist wohl Trojaner drin, was? Gute Wahl. Ah, okay. Das kennen wir ja schon hier. Schauen wir uns doch mal die anderen Dinger an, die die Drohnen aufgezeichnet haben. Gucken wir uns doch mal das hier an. Und so wie ich gesehen habe, sind da noch sechs weitere Drohnen, die wir noch nicht haben. Ja, gut. Das wird mir ein bisschen zu warm, wenn ich mal an die aktuellen Temperaturen hier bei uns denke. Warte mal, haben wir auch irgendwas mit mehr Grün oder Wasser oder so? Das auch vielleicht. Vielleicht das hier. Gut, jetzt muss es erstmal wieder laden. Windows 98 ist nicht ganz so schnell. Bäh. Das ist diese komische Schlingpflanze, dieses, dieses, dieses Seuchenzeugs. Mal lieber, weg mal. Ich glaube, Gaia fühlt sich damit nicht so wohl, wenn ihre Natur zerstört wird. Warte mal, dann haben wir hier drüben noch eine. Da fehlen jetzt noch sechs Drohnen. Aber die sollten wir auch mit der Zeit kriegen. So, mit Gaia können wir auch nochmal reden. Gucken, was sie will. Und dann brechen wir in der nächsten Folge auf. Gefällt mir gut. Was gefällt dir? Ja. Dann lassen wir das doch erstmal an. So. Gaia, ich muss mit dir reden. Ja, ich will ihre Hilfe nicht. Zum Beispiel. Wie geht es, Kotalo? Ich erkenne, dass der Verlust seines Arms ihn noch immer schmerzt. Obwohl er dies nicht geäußert hat. Ich könnte ihm bei seiner Genesung assistieren, wenn er interessiert ist. Wirklich? Das wird er sicher sein. Und wie läuft es hier so? So hat die Morphologie ihrer Landgötter studiert, um ihre Krankheit zu verstehen. Ohne die Fähigkeiten von Hephaestus bin ich leider nicht in der Lage, ihre Programmierung zu korrigieren. Jedoch sind So und ich optimistisch, einen alternativen Weg zu finden, sie zu heilen. Gut, bleib dran. Val und So scheinen gern Zeit gemeinsam zu verbringen. Und wie war das? Und wie kommt Ehrend klar? Er gewöhnt sich zunehmend an den Gebrauch des Fokus. Nach anfänglichen Problemen. Was ist passiert? Bei dem Versuch, seinen ersten Fokus an seiner Schläfe zu fixieren, hat er ihn leider zerstört. Neben einer Reihe von Oseram-Flüchen, warf er dem Fokus ebenfalls vor, Zierath zu sein. Er hat wiederholt versichert, dass dies nicht wieder vorkommen wird. Naja, gut, dass wir genug Ersatz haben, schätze ich. Also diese Anlage, die regionale Schaltstelle. Sie sollte das Terraforming-System überwachen? Für die lokale Region? Ja. Hätten die Menschen ihre Ausbildung von der Apollo-Datenbank erhalten, wären sie hierher geleitet worden, um die Operationen fortzusetzen. Da das niemals geschah, blieb dieser Ort ungenutzt. Bis Minerva sich hier niederließ. Also diente dieser Raum wohl der Beobachtung der Außenbedingungen? Ja. Von hier aus beobachteten die Betreiber der Anlage Wetter- und Maschinenaktivität in Echtzeit. Es könnte möglich sein, mehr Funktionen dieses Raums zu reparieren, wenn du weitere Kameras findest und wieder anschließt. Ich halte danach Ausschau. Das Hades-Testlabor, wo ich den Gaia-Kern fand. War es mal eine Ferro-Forschungsanlage? Ja. Vor der Inbesitznahme durch Zero Dawn diente die Anlage der Entwicklung und Testung hochmoderner Computerviren. Es war anscheinend eine von vielen Forschungsinitiativen von Ferro Automated Solutions. Automatisierte Tötungsmaschinen reichten wohl nicht. Ted wollte auch Viren, um sie zu infizieren. Vor einiger Zeit, vor der Schlacht bei Meridian, ging ich ins Banuk-Gebiet. Ich entdeckte dort noch eine KI. Ohne Verbindung zu Zero Dawn. Cyan. Sie sollte Operationen für ein Vulkan-Stabilisierungsprojekt kontrollieren und verbrachte die letzten tausend Jahre in Isolation. Ich schätze, du wusstest nichts davon? Nein. Den Daten auf deinem Fokus zufolge war Cyan offenbar von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Versuch ihrer Schöpfer, sie vor der Ferro-Plage zu schützen. Könnte sie uns jetzt vielleicht helfen? Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, ohne jeden Erfolg. Angesichts ihrer Erfahrung mit der Annahme von Netzwerkanfragen von außerhalb, ist sie wohl nicht gewillt, dies erneut zu tun. Klar. Denn beim letzten Mal hatte Festus sie versklavt. Tja, echt schade. Ich glaube, ihr zwei hättet eine Menge zu bereden. Mein Wissen über historische Ereignisse ging leider mit der Apollo-Datenbank verloren. Die Klimadaten weisen auf einen Peak bei den regionalen Temperaturen in den 2030ern hin. Derartige Bedingungen führen zu extremer Trockenheit, einer Zunahme an Staubstürmen und dem Verlust bewohnbarer Landmasse. Aber mitten in einer Wüste baut man doch kein Museum. Menschliche Soldaten zurück, da Maschinen unzuverlässig waren. Möglicherweise war das Fahrzeug Teil einer präautomatisierten Kriegsflotte. Sie kämpften in dem Teil gegen die Farrow-Maschinen. Bis der Berg gesprengt wurde und sie alle begrub. Also, Projekt Zero Dawn, die größten Keister der Welt, arbeiteten am Bau des Terraforming-Systems, während die Farrow-Plage den Planeten verschlang. Wie sah das aus? Das Personal arbeitete in Schichten, rund um die Uhr. Rohstoffe und Technologie aus der ganzen Welt wurden beschafft. Einen Monat nach Konzeption des Projekts wurde ich gestartet und begann meine Ausbildung. Elisabeth ermutigte mich, Zeit mit dem Rest des Zero Dawn-Personals zu verbringen. Sie sagte, es sei wichtig, viele Persönlichkeiten und Perspektiven kennenzulernen, um meine emotionale Entwicklung zu fördern. Wie waren Sie denn? Verängstigt Hoffnungsvoll Entschlossen Sie rasten auf technische Errungenschaften zu, die alles Bisherige in den Schatten stellen sollten. Ich verdanke alles Ihrer Entschlossenheit. Gaia? Wie war Elisabeth so? Ihre Präsenz ist durchwoben von meinen Erinnerungen. In dem Moment, als ich online ging, war sie da. Wir haben uns kennengelernt, begrüßt und unsere Arbeit begonnen. Das war die erste Konversation von vielen. Ich mochte ihre Gesellschaft. Ich mochte ihre Geschichten. Sie war meine Schöpferin. Mein Kompass. Deine Freundin? Ja. Als ich die Daten auf deinem Fokus durchsah, betrübte mich ihr Schicksal. Ich bin froh, dass sie es heimgeschafft hat. Ich wünschte nur, sie hätte nicht allein sein müssen. Es war für sie in Ordnung. Sie hat alles gegeben. Nur sie konnte das. Danke, Gaia. Ich sollte dann wohl mal los. Wie du willst. Alles Gute, Aloy. So, Gaia und Elisabeth waren also schwer befreundet. Na ja, und Gaia findet es ja nicht so gut, dass Elisabeth alleine gestorben ist. Das wiederum bedeutet, dass Gaia tatsächlich ein vollwertig denkendes Wesen ist, auch wenn sie nur durch Algorithmen und Berechnungen gesteuert wird. Ich konnte einen weiteren Raum im Hauptwohnbereich öffnen. Gut zu wissen. Ich schaue mir das mal an. Wo? Da? Nein. Unser... Unser Raum. Wo denn? Wo habe ich das schon mal gesehen? Die Tür ist jetzt offen. Gaia, was war das für ein Raum? Das hier war als Freizeitraum für das Scheinstellenpersonal gedacht. Leider wurden die Unterhaltungsmodule mit der Apollo-Datenbank gelöscht. Oh, schade. Hier gibt es Daten. Ein weiterer Raum. Wofür? Auf jeden Fall war dieser Raum jahrhundertelang versiegelt. Nein. Über 1000 Jahre versiegelt. Hier ist ein alter Tresor. Und wir haben... Na ja, das kommt ja noch hin. Ein silberbarren Ring. Hier gibt ein Auge. Das kommt ja noch hin. Aber hier? Ja gut, das kommt auch hin. Okay, wie komme ich denn da rein? Oh! Ach was! Das ist ja cool. Es gibt ja hier verschiedene Stecklubwinkel, so wie es aussieht. Das Ding hier war wahrscheinlich richtig geheim, ne? So, was haben wir denn hier? Wir haben hier... Ethan Reed. Wechsel zu Privatprotokoll. Also gut. Regionale Schaltstelle 9. Der Anlagenentwurf geht voran. Wenn Gaia sie endlich baut, wird sie alles haben, was nötig ist. Bis auf Charakter. Also werde ich hier nochmal einen Stempel aufdrücken. Ein paar Schnürkel. Angefangen mit diesem kleinen Versteck. August wäre begeistert davon. Er liebte geheime Korridore, so wie in alten englischen Schlössern. Aber ich habe etwas Größeres vor. Mein Meisterstück sozusagen. Gut, wir hätten es auch. Wechsel zu Privatprotokoll. Also gut. Regionale Schaltstelle 9. Gut. Ähm. Na? Ich frage mich, wie viele Sachen ich vorgelesen habe, die ich gar nicht hätte vorlesen müssen. Und wer verbringt hier nicht? Ah. So. Schön. Da haben wir doch erstmal alles hier herausgefunden. Und das heißt nicht August, sondern August. Ist wahrscheinlich ein schwuler englischer Name. Gut. So. Rede mit Wahl. Da ist es. Mhm. So. Also Freunde. Ich verabscheue mich jetzt erstmal. Und dann werden wir höchstwahrscheinlich mit den Herren da langsam loslatschen. Auch wenn es Eloy nicht gefällt. Mir auch nicht. Ewiges Gesammeln und Gequake. Ich muss auch unbedingt wieder Munition machen, wie ich das gerade sehe. Warte mal. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass hier alles leer ist. Äh. Hier. Da machen wir noch. Und dann sollte ich tatsächlich mal wieder Maschinen suchen. So. So. Na. Eloy ist kampfbereit. Und dann. Äh. Jo. Bis zum nächsten Mal. Na. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.